Streng limitierte Suzuki GSX-S1000 Web Edition Willkommen bei den Nachrichten von Motorcycles.News Erst vor kurzem stellte Suzuki die neue GSX-S1000 vor. Mit der Web Edition wird jetzt ein streng limitiertes Sondermodell angeboten, allerdings nur in Italien. Nur fünf Exemplare werden von der Web Edition angeboten. Die Änderungen im Vergleich zum Standardmodell sind allerdings nicht besonders groß. Die Kotflügel, vorn und hinten, wurden gegen Exemplare aus Carbon ersetzt. Für den Soziussitz gibt es eine Abdeckung, wodurch das Motorrad zum Einzelsitzer wird. Die wirklich stylische Abdeckung ist mit Web Edition Schriftzügen versehen. Das Instrument im Cockpit wurde mit einem kleinen Flyscreen versehen. Auf der Gabelbrücke findet sich auch der Web Edition Schriftzug, sowie die Produktionsnummer des Modells. Technisch wurde die neue Suzuki nicht geändert. Da sich die Änderungen im Vergleich zum Standardmodell in Grenzen halten, fällt auch der Aufpreis für das Sondermodell moderat aus. Mit 14.050 Euro liegt man gut 600 Euro über der UVP. Danke fürs Schauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.